Wahrlich eine riesige Zelda-Subworld. Weiter geht's bei Urbosa und dem Triforce der Kraft. Bei Ganondorf sind wir unterwegs. Also, die Subworld ist unterteilt in die drei Ecken. Und ja, jetzt sind wir oben bei dem Bösen. Wobei Urbosa, die Reckin aus Breath of the Wild, auch nicht zwingend böse ist. Im Gegenteil. Aus Doros Mesh, Starkstromgefahr und ja, darauf stellen wir uns jetzt ein. Gentleman Cloud. Gut. Urbosa vertreten durch Sue, Sue, Samus, die ja doch in meinen Augen attraktiver ist als der Originalcharakter in der Situation. Und Sonic, ja gut, wir hatten den jetzt erst befreit vor kurzem, einen Part mit ihm gehabt, aber Game & Watch und Samus hatten schon mehr, ne? Sagen wir es mal so. Alter Schwede, da wird direkt auf den Putz gehauen, aber ich lasse mir das nicht zweimal sagen. Hier geht's um Mausdauer. Und die hast du nicht. Hat unser Igel. Auch im Minigestall, ja? Oh, fuck! Danke fürs Kicken. Dadurch kann ich nochmal den Rattungsmove machen. Alter, warum sammelt die das ständig ein? Hat die irgendwie Komplexe? Nur dadurch komme ich die ganze Zeit unter ihren Laser. Ihr habt 0,3 Prozent. Was zur Hölle? Hau doch nicht dann dauernd ab. Was ist falsch bei dir? Urbosa. Die braucht keiner. Will ich mal ganz ehrlich, oder? Gibt's Urbosa-Fans da draußen? Ich glaub nicht. So, und dann... Tack! Kirby, ne? Immer diesen typischen grünen Beutel mit diesen weißen Verzierungen. Das kenne ich aus Animes. Das kenne ich von Yo-Kai-Watch. Smash of Zeit. Auch die Arena ist wirklich euer Ernst. Smash of Zeit vor allen Dingen. Pass auf, Herr Ungarnon. Mit physischem Angriff. Der läuft weg. Weil ein Dieb ist. Sprintende Gegner fügen dir Schaden zu. Okay, wir haben drei davon. Dann... Die Arena, ne? Die braucht kein Mensch. Ganz ehrlich. Warum leben die noch? Haben die noch keinen 100 Schaden? 100 Schaden in dem Ding. Ist natürlich down. In der Arena kommt das gut. Sagte ich, aber ich treffe kaum einen. So, der letzte im Grunde. Wird fertig gemacht von der Lore. Mit 267 Prozent. Aber die Lava. Nice. Strange. Aber nice. Wie so vieles im Leben, nicht wahr? Das müsste Ganon sein, da. Erstmal kommt Karmus. Aus Fire Emblemen, natürlich. Kritische Gegner treffe super stark. Mega Heilung für Gegner. Das klingt ja gar nicht so schön. Da muss man was machen, oder? Gibt es auch was für ein Ratio Farm? Ich glaube schon. Bleiben wir bei der bewerten und als richtig rausgestellten Taktik. Oh, ein Remix von dem, was ich vor allen Dingen aus der einen Arena kenne, aus Melee. Das reicht's. Der ist flink. Das ist immer peinlich, wenn ich das mir als Sonic eingestehen muss, dass der Gegner irgendwie ein bisschen zu viel Aufputschmittel gesoffen hat. Ein Kaffee zu viel. Aber da kann sich nicht mehr retten, du Horst. Da kann er sich nicht mehr retten, wenn er sich auf einen Luftkampf einlehnen, den er nicht gewinnen kann. Evolvierbar. Wollen wir wieder mal Spirits evolvieren? Warum denn auch nicht? Pass auf. Da sind ein paar angespart. Pass auf, Geister. Stärken. Bester Rang, evolvierbar. Alle? Haben wir die schon? Ja, guck mal, den Kugelwilli haben wir ja schon mal evolviert. Zum Riesen-Kugelwilli. Das Horror-Kit. Ja, mach doch. Hä? Ach, auf Level 99 erst. Ich bin so ein... Ja, wir haben ja genug Zeug, ne? Was soll der Geist? Der Geiz. Aber das ist jetzt witzig, dachte ich mir. Äh, Horror-Kit und Machoras-Maske. Ja, guck, auf so, da hab ich ja gar nicht mal drauf geachtet. Äh, Kräfteklau. So, und der Karmus. Der braucht auch noch ein bisschen was. Zu wem wird der? Nicht, dass ich mich auskennen würde. Sirius. Wenn er das sagt, wenn ihr das sagt. Wandbild-Link. Das wird noch spannender. Braucht gar nicht so viele davon. Guck mal, die fressen unterschiedlich viel. Da wird so Link-between-Worlds-Link. Ja, ziemlich genau. Habe ich alle? Evolviert, die gehen? Ne, habe ich nicht. Das ist Phantom. Der Opa. Nicht ganz. Das Phantom wird zu Zelda. War das in einem DS-Spiel so, oder was? Das Bild-Tracks. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Und dann der Punktkäfer. Pikten habe ich gespielt. In rauen Mengen. Wird der zu... Ah, der wird bestimmt zu... Fürst-Knollenauge. Nein, die Fürstin! Knollenauge. Nimm mich die ganz Fette aus Pigment 2. Und mit ganz Fett meine ich. Ganz Fett. Donbou und Hikari. Wenn es denn sein muss. Kostet ja alles ein bisschen was hier. Und Snacks. Da werde ich doch langsam ein bisschen geizig. Donbou und Hikari. Schon Onigashima-Kuchen. Ja, die sind älter. So, Alm und Silica. Jung werden Alm und Silica. 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 Weiß es nicht. Normal alt. Erwachsen. Voll sinnvoll. Finger weiter. Wettel-D habe ich noch nicht gemacht. Wettel-Doo. Bandana-D. Wettel-D. Jetzt haben wir alles gemacht, ne? Die anderen sind ja schon... Nur ihn nicht, aber er ist ja... Ne, den haben wir ja schon. Wisst ihr Bescheid? Wieder was gelernt. Was sagt der Wissensbaum? 73. Erhört bei einem hohen Schadenswert kurzzeitig die Abwehr. Und jetzt als nächstes würde ich gern zum Smash-Heiler. Brauchen wir auch noch ein bisschen was. Was sagst du denn? Im Wald ein Schatz und darin ruht der Weg zum Klingenfürst mit dem geheiligten Mahl. Gesundheit. Keine Ahnung. Der T-Rex aus Fossil Fighters Frontier. Es brennt. Der Boden verursacht schweren Schaden. Riesenverantwortung. So wird es ein... Ein Klacks. Ich will mich auch nicht eine halbe Stunde bei jedem Spirit aufhalten. Seien wir mal ehrlich. Das ist schon in Ordnung so, dass ich benutze, was ich bekommen habe. Wenn immer wieder Leute meinen, nein, mach extra nicht schwächer. Das hat auch noch ein Argument dagegen, dass letztendlich keine 800 Parts gehen sollen. Wenn ich aber trotzdem alles genießen möchte. Ich habe mir doch meine Spirits erarbeitet. Das hat ja schon ein Konzept hier. Lass es. Lass es. Naja, ich habe 5%. Ah, das ist... Hey, das habe ich noch gar nicht selbst gesehen. Aber ja, das ist das Opening aus Smash Melee. Da hat man so eine Yoshi-Army schon gesehen. Und jetzt in Smash 5 wurde sie dann Realität. Wenn man so möchte. Das war der T-Rex. Yoshi als T-Rex. Fehlbesetzte Rolle, oder was? Der Schatz lächelt mich natürlich an. Das ist der dunkle Kaiser. Aus der Street-Pass-Me-Lobby. Rette die Krone. Ja, ja. Superrüstung. Angriffe sind kaum zu unterbrechen. Riesenverwandlung. Das nehmen wir 13.600. Jetzt habe ich aber Angst. Das meine ich nicht mal aus Spaß. Aber okay. Wir kennen uns ja aus. Riesen-Ritley. Ja, ja, ja. Niederlage. Was? Fakte, Worte. Ich glaube, dann müssen wir doch mal wieder Samus auspacken. Weil Samus kann das regeln. Bereit? Los. Vor allem, jetzt bei Markus ist er da drin. Seht ihr das? Den käme ich. Muss sein. Ja, muss sein. Hat sich auch so einen leichten Tomodachi-Life und Mi-Topia-Touch dann. Abwehr. Der hat schon eh genug Abwehr. Ich muss die Prozente machen, aber... Gut, wenn Samus das regelt... Samus gegen Ridley. Das ist schon mal Punkt 1. Aber Punkt 2 ist halt Fernangriffe gegen den Dicken. Haben wir alle Lux durch? Kann schon sein. Menschen hatten wir wenig. Ich fürchte, den hatte ich wenig. Und weil er ein bisschen weibig ist. Aber für die Quote muss er auch sein. Dunkler Kaiser. Nach dem erzähle ich was. Na gut, super Rüstung ist super Rüstung. Kannst du machen nix? Okay, der ist echt kein Spaß, ne? Da muss man erst mal Lucky Lucky machen. Willst du mich verarschen? Der Stage Kniff, wie es ja so schön heißt, hat mich erwischt. Das ist ja der dunkle Kaiser. Gemein. Da fällt mir nicht mehr viel zu ein, ne? Der ist sprachlos. Oh, ich hab ihn vergiftet. Seht ihr das? Bringt halt nix, wenn er so abgeht. Alter! Ich hab kein Riesenschreck-Spirit reingepackt, ne? Hätte ich aber mal lieber. Muss ich, muss ich. Was soll das eigentlich? Ich hab ihn nicht. Bereit? Los! Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wenn wir vergiften, ist... Ja, warum spricht die Arena dann weg? Oh, ist der hart drauf, Digga. Na, fetten Rehspeck an der Stelle, ne? Rehspeck, lass es dir schmecken. Riesenschreck. Den anderen Kram brauche ich eigentlich nicht, aber... Ich halt separat nochmal... Physisch und... Spezialverstärkung. Ja, nix muss wir nicht hinkriegen, ne? Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Fuck. Jetzt ist er vergiftet. In Ernst? Ein Brocken, wie er im Buche steht. Aber das ist... Wir hatten definitiv schon Schlimmeres. Da redet er sich Mut zu. Ne, ist aber wirklich so. Da werden wir jetzt nicht irgendwie 50 Minuten zusammen schneiden müssen oder so. Das ist kein neuer Gino. Ah, Mann. Der hat den... Warum? Das ist gemein. Die Spannung, die ist kaum auszuhalten. Man spürt die Spannung in der Luft schweben. Ja, schmeckt die Spannung auf eurer Zunge. Schmeckt mal nach. Wer hat jetzt alles mit der Zunge geschnalzt? Oder... Oder der Zunge im Mund rumgedöhnert? Das ist genau. Macht euch mal Gedanken. Shit. Ich dachte, ich hätte gut vorgelegt. Aber er hat jetzt genauso viel. Weil den Tod will ich auch nicht. So verstärken. Ja. Ja. Das ist natürlich das Todesurteil. Aber... Wir bekamen der Sache näher. Niederlage. Fortsetzen! Niederlage. Die dumm, die, die, die... Ist doch schön. Gut. Man will ja Fortschritt haben, aber... Einfach durchmarschieren durch den Abenteuer-Modus will ja auch keiner. Auf die Vergiftung setzen ist halt... Echt ungeil. Das ist eben so ungeil. Ja, ich hatte meinen... Ich hatte meinen Versuch. Du hast deinen. Ich könnte zwar noch mit Wotschi probieren, aber... Noch nicht. Ich bin mir sicher, Samos kriegt das gebacken. Es würde sowieso an Samos Ehre kratzen. Und da meine er es recht. Ach, meine... Meine Ehre ist doch schon so angekratzt. Da sieht man ja... Da sieht ja wieder klar aus vor lauter Kratzer. 57 Schaden. Vergiftet. Cool. Gewonnen! So schnell kann es auch gehen. Ja, ein paar gezielte Smashes, die ins Ziel treffen und... Der Fisch ist rasiert. Dafür gibt er gar nicht so viele Lernjuwelen. Den muss ich mir mal angucken. Vier Sterne Spirit. Wenn ich ihn auf Level 100 bringe, wie der so aussieht. Dafür gibt es nochmal die Dark World. 42, du. Ausdauer Smash. Niedrige Schwerkraft. Feuer, Explosion. Hm. Wie gesagt, gib mal ganz kurz den neuen. Ähm. Er hat nicht so viel Power, weil der Level nicht hat. Er ist da. Der hat aber drei Plätze, du. Wenn ich den mal stärke... Würde mich interessieren, wie viel der taucht. Zehntausend. Ah, doch nicht so pralle. Da haben wir andere Optionen, nicht wahr? Wobei. Wobei. James ist gar nicht so gut. Guck mal. Der James hat 13.000 Angriff. 46, 54. Er hat einfach mehr Angriff, ne? Ne, der ist von Grund her besser. Der ist der zweitbeste... Jetzt siehst du ja. Er ist der zweitbeste hinter Ganon. Also der beste Blaue. Brauchen wir eigentlich keinen James mehr. Wenn du so willst. Ja. Ach man, Schwerkraft. Du Held. Du Held, der die Welt erhält. Fortitudo sieht aber creepy aus mit dem Gesicht, muss man zugeben. Naja, egal. Muss man schon irgendwie... Weil wir uns im Fallen befinden halt, ne? Kommt damit aber ein bisschen besser. So, Fortitudo. War doch gar nicht so wild. Wir nähern uns, ne? Jetzt kommt Helena. aus Pandora's Tower. Oh, ein Wii-Spiel. Spätes Wii-RPG. Hatten wir... Ne, The Last Story. Hatten wir The Last Story oder Pandora's Tower? In der letzten Testrubrik. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Kurz und verwundbar... Es ist Schnuppe. So weit. Also voll Schnuppe. Helena. Einige Helena, wenn ich so drüber nachdenke. Das gibt die aus... War das Soul Calibur? Oder... Ne, war das Dead or Alive? Ja, da gab's ne Helena, die Blonde. Dann gab's so ne Brünette in Resident Evil 6. Helena Harper hieß die. Was haben wir noch alles? Fällt euch noch eine ein. Ja, die da halt, ne? Das Pandora's Tower. Das war doch mal ein Kick, oder? Ah! Scheiße! Ha! Hat sie mich ausgetrickst, die Helena. Die Leni. Kommentar los. Steckt da aber auch rein. Direkt 73. Keine Witzker, ne? Ah, haben sie den Herzen weggemacht. Ich hab's natürlich versucht, die zu treffen, aber irgendwie... Easy win. No sweat. Brauchen wir aber nicht. Das ist natürlich auch ein unnötiger Spirit, wie ich finde. Und als letztes... Farty! Das... Wo war das denn? War das nicht bei... Oh, welch ein Zelda-Spiel war das? Triforce Heroes auch, oder? Aber nicht nur da. Na, ich weiß es nicht genau. Sturmwarnung! Darauf müssen wir uns einstellen. Elektroangriffe, warum auch immer. Hallo! Ja, weil ich Samus hab. Fuck off! Ja, und dann können wir in diesem Part vermutlich das noch schön hier... Herzgeweite. Ja, moin. Muss ich noch wunderschön hinkriegen. Ist so weit abzuschließen, oder? Ja. Kind. Und das selbst nicht kontrollierende Pornst. Und wieder Ridley, ne? Ridley for the win. Ridley for President. Schlechter als der Trump. Kann's ja eh keiner machen. Gewonnen! Alter, warum? Einfach nur der Wind? Deprimierend. Das stößt einen zurück in der Ehre. Man hat selbst damit gar nichts zu tun, mit dem Sieg. Ich glaube, ich hab genug Prozent dazugefügt. Natürlich Gernendorf, aber vor Gernen muss ich ein bisschen Angst haben. Deswegen kommt jetzt auch der dunkle Kaiser ins Spiel. Der ist halt so stark und der hat drei Slots, Digga. Das ist echt erwähnenswert. Wollen wir mal ein Tänzchen wagen, oder? Gernendorf, der macht mir echt Angst, weil... Also, als Gegner. Der hat einfach eine Wucht hinter seinen Angriffen. Kannst du eine halbe Stunde bearbeiten und dann setzt er einen guten Schlag und ist ja trotzdem überlegen. Was sagte ich gerade? Habt ihr gesehen? Screwtag! Ich hab schon lange nicht mehr erwähnt, dass ich alles auf Schwer spiele. Soll ich mir tun? Ich spiele uns auf Schwer. Gut. Ich bin trotzdem erwächt. Magst du dich? Ich muss halt viel ausweichen und das... Liegt ihm nicht. Das liegt einem Gernendorf nicht im Blut. Aber er kämpft nun mit. Da holen wir uns noch einiges, ne? Also generell, die Kämpfer aus den letzten Parts... ...haben sich summiert, finde ich gut. So, und jetzt... Da sind noch ein paar Spirits, die wollen wir nicht unterschlagen. Aber das bewirkte... Das bewirkt schon mal, dass... ...es weitergeht. Oh shit. Die Illusion wurde gelüftet. Das Dämonenkönigsschloss erscheint. What the fuck geht da ab? Ich dachte, das wäre was Gutes. Aber anscheinend ja wohl weniger. Das müssen wir uns im nächsten Part definitiv anschauen. Unbedingt. Komm ich noch hin am besten. Ja gut, das war alles. Das ist der Bereich. Wer wird es sein? Ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Bis dann und ciao! Ich hab mich das. Schönein. Ich hab mich das. Ich hab mich das. Ich hab mich das. Ich hab mich das.